Schildkröte Schildkröte Wir sind wieder im Palmengarten Da sind schon viele Achtung Kinder, nicht dass die schnappt Nein Wir haben noch so wunderschönes Wetter, es ist wieder so warm Angenehm durch den Palmengarten zu gehen, wenn es nicht immer ganz so heiß ist Der Palmengarten ist zu jeder Jahreszeit wunderschön Wir lieben ihn, wie man wahrscheinlich in zahlreichen Videos von uns sehen kann Der Palmengarten ist echt so eine Oase, so eine grüne Oase inmitten dieser Wolkenkratzer von Frankfurt Alles so schön grün noch Da oben ist auch nett in dem Pavillon zu sitzen Sehr schön So, jetzt zeigen wir euch noch ein paar Pflanzenbilder Bissi mit Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020